Guten Morgen YouTube Freunde, Powerhouse am Aufstehen, ab 7. Montere, Teili Songeutz. und immer am morgen bevor ich beginne mit arbeiten ein schluck wasser drei deziliter wasser heute morgen Das ist gut. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener. Wiener Wiener. Wiener Wiener Wiener. So, so, so. Ja. Die Bauern haben eine neue Aufgabe am Morgen. Wiener muss raus. Ja. Das war's. 건강. Alles. Alles. Schatz. Untertitelung des ZDF, 2020 So, die letzten zwei Furchen meines Salmkartoffelfeldes werden da jetzt gerodert, bis 10x6. So, jawohl, letzte Furche im Angriff. Wir sind da so um zwei Stundenkilometer rund gefahren, schnell. Es hat da ziemlich viele Steine und jetzt ist eigentlich die Erde trocken. Ich lasse den Roder mit 400 Abfällen und Trägungen laufen. Und habe die Noppenbänder alle langsam eingestellt, damit es da die Kartoffeln schäumt. Und da nimmt natürlich auch die Leistung ab, wenn alles langsam läuft. Aber das musste so sein, sonst hätte es mir da die Salmkartoffeln gerade wieder geschumpt. Die Schindchen abgemacht. Ich weiss nicht, ob es 8.000. Ja, bin ich froh. Dann kann ich da was abhaken und so ein Kartoffelherrnpist bei Bauerhausen durchkommen. Nachmorgen, am Donnerstag, 13 Uhr, müssen die in die Kartoffelzentrale Better Kinder gebracht werden. Jawohl.